Mohammed, beeil dich! In fünf Minuten sind die Ergebnisse da! Wir brauchen Musikinstrumente. Mit eurem Geld bekommt ihr nicht mal eine Saite auf dem Flohmarkt. Träumst doch, du willst eine Band gründen? Zur Zeit in Gase, du spinnst doch! Ganz besonders du kannst mir zustande bringen. Du musst an deine Träume glauben. Okay? Das ist eure ganz große Chance, der nächste Arab Idol-Star zu werden. Bewerbt euch! Ich muss nach Ägypten. Dieser Ort bringt mich um. Ich muss weg von hier. Warum dieses Risiko? Unsere Stimme muss gehört werden. Die Tickets sind alle weg. Aber man sollte um sechs hier sein. Die Leute warten schon seit zwei Tagen. Hey, komm da runter! Du bist unser einziger Bewerber aus Gaza. Wenn du singst, gibst du Millionen Hoffnung. Du musst gewinnen. Bitte begrüßt nun mit uns aus Gaza, Palästina, Mohammed Assam! Die Tickets sind alle weg. Gottaieder겠습니다. peach. Und wiechen sie es heute zusammen mit uns,